Ich sitze hier auf dem Friedhof, ein ganz besonderer Ort, für mich ein Ort der Erinnerung. Ich denke hier an meinen Bruder, der bereits als kleines Kind gestorben ist. Ich denke an einen ehemaligen Konfirmanden, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ich denke an eine Ehrenamtliche, die viel zu früh von ihrer Mutter Abschied nehmen musste. An wen denkt ihr? Jesus Christus sagte einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Eine Textstelle, in der gleich zweimal das Wort Leben drin vorkommt. Deshalb ist für mich der Friedhof kein Ort des Todes, sondern ein Ort des Lebens. Ich nehme mir Zeit, um mich an meine Verstorbenen zu erinnern und schöne Momente zu teilen. Ich nehme mir Zeit für das Leben.